Kriegshäuptling Die Frage stellt sich nicht, Garrosh. Er gab dir den Titel, weil du Grums Sohn bist und weil das Volk nach einem Kriegshelden verlangt. Ich glaube, du bist deinem Vater ähnlicher als du denkst, auch ohne Dämonenblut in den Adern. Passt auf, was ihr sagt, Miststück. Irgendwann stehen wir alle vor unserem Schöpfer und erwarten sein Urteil. Euer Tag könnte schon bald kommen. Ich weiß genau, was ich tun werde, Sohn-Höll-Schreis. Und was genau gedenkst du zu tun? Nichts als leere Drohungen. Geh und verzieh dich mit dem Rest deiner Art in die Slums. Für euch ist in meiner Welt kein Platz. Ich werde keine Gnade zeigen. Es ist noch nicht zu spät, Garrosh. Leg den Mantel des Kriegshäuptlings ab. Wir können dies hier beenden. Jetzt, ohne Blut vergessen. Hell-Schreis-Blick ruht auf euch. Nur die Stärksten dürfen in Orgrima verweilen. Läuf von Eureln. Läuf von Eureln. Läuf von Eureln. Lockdown, Ogre! Zeek oder Toad? Mein Volk hätte diese Welt schon vor langer Zeit erobern sollen, während des Ersten Krieges, aber sie fielen der Verderbnis anheim. In ihrer Schwäche gewährten sie den niederen Völkern von Azeroth einen Platz an ihrer Seite. Ich werde umsiegen, wo sie versagt haben. Und niemand wird mich davon abhanden. Ich kann eure Seele schmecken. Sie ist verlockend. Geht der Dunkel nicht nach. Bewahrt euren Inneren. Ihr solltet sie alle umbringen. Ihr müsst sie alle umbringen. Unsere Gemeinschaft ist unsere Stärke. Augen sind die Fenster zur Seele. Verschließt sie. Für immer. Wir werden niemals wach. Ihr könnt diesen Ort niemals verlassen. Es gibt keinen Weg zurück. Wir sind die orkische Horde. Die wahre Horde. Wir sterben, bluten und traurig auf dem Schlachtfeld, wie es echter Orkst tut. Wollchen, ich wählte Garrosh, weil er die Kraft hat, unser Volk durch diese schwierige Zeit zu führen. Trotz all meiner vermeintlichen Weisheit hat es Momente gegeben, in der sich ein Bruch der Horde nur mit Mühe verhindern ließ. Ich vertraue auf euch und die anderen Anführer, um dies unserer Völker nicht entzweien zu lassen. Ihr glaubt, gewonnen zu haben? Blind seid ihr. Ich werde euch die Augen öffnen. Wut. Hass. Angst. Sie sind Waffen. Waffen des Kriegsholdlings. Wir werden alle fallen im Namen Hellschreis. Gegenteuer, ob die Tatschen nicht sich erinnert zu brauchen. Du bist der Tatsch. Und dann ist das Fakt. Ich bin übernommen. Ich bin übernommen. Ich bin übernommen. Ich spotte, Daniel. Okay, er hat geflapen. So, zieh den Boss zum Thronen. 5, 2, 3, 2, 1, Lauf! Lauf! Wir sind weg. Die Leute haben die Ärzte anlassen. Jetzt noch wachen. 13 Prozent, da wollen wir. Ich spotte, ich brauche, ich bin übernommen. Ich bin übernommen. Ich bin übernommen. Habe ich gekickt. Eben raus. Ja, jetzt hin. Ich bin übernommen. Ich bin übernommen. Halt ziehen. Halt ziehen. Entweilen auf mir. 3! 1! 4! Ja! Geil! Geil! Leck mich am Arsch! Alle mal hier zusammen vorm Boss bitte. Für einen Screenshot. Untertitelung des ZDF, 2020 Hütet euch! Hütet euch! Hütet euch! Hütet euch! Hütet euch! Mein Da bist noch drauf, aber ich bin nicht... Hütet euch! Hütet euch! Hütet euch! Hütet euch! Hütet euch! Und was ist in uns ausgestorben? Ein Schwanzjäger wahrscheinlich hinter dem Boss gestanden. Ich bin tot. 5, 4, 3, 4 Lauf, kleines Mädch! Lauf! Lauf! Hütet euch! Danke! Alles gut, ey! Wer ist denn noch? 2,1, Mütter! Komm, komm, komm! Scheiße, Loll, ey! 2, 2, 1, ey! Warte, ey! Ich hab Tränen in der Augen, ehrlich! Jetzt gut, ey! Geht's noch? Ah, doppel wie die Uhr! Schon unfertig oder so! Ach doch! 1, 2, 1! Thelie! 3, 2, 1,elle! 4, 2, 1,2! 3, 2, 1! 5, 2, 1! 5, 2, 1! 1, 2, 1! Vielen Dank.